Ekaterina Leonova könnte im Moment kaum glücklicher sein. Nach Jahren des Single-Daseins ist die Profi-Tänzerin wieder in festen Händen. Das bestätigt der Let's Dance-Star Ende Oktober. Ich bin seit einigen Monaten in einer festen und sehr schönen Beziehung. Diese macht mich sehr glücklich und motiviert mich für mehr. Ihren neuen Partner will die 35-Jährige jedoch aus der Öffentlichkeit heraushalten. Das Show-Business ist überhaupt nicht seins. Er hat mich nicht als Tänzerin kennengelernt. Er hat Let's Dance davor kein einziges Mal gesehen. Doch aktuell hat die Beauty kaum Zeit für ihren Schatz. Der Grund? Sie ist auf großer Let's Dance Deutschland-Tour. Damit Ekaterin ihren Freund ja nicht vergisst, bestellt er ihr sogar kürzlich einen XXL-Rosenstrauß auf das Hotelzimmer. Eines steht fest. Ekats Fans freuen sich riesig für sie. Und vielleicht plaudert Ekaterin in Zukunft ja doch noch das ein oder andere Detail über ihre neue Beziehung aus.